Nachdem dieser wunderschöne Krankenwagen gerade im Hintergrund vorbeigefahren ist, den ihr jetzt nicht gehört habt und ich ihn eigentlich nicht erwähnen müsste, aber es trotzdem mache, willkommen zu einem wunderbaren Sonntagskommentary. Ein Wort zum Sonntag habe ich schon lange nicht mehr gemacht, deswegen habe ich mir mal gedacht, das nutze ich heute mal, diesen Sonntag, um nochmal ein Wort zum Sonntag-Kommentary zu machen, weil das letzte ist schon ein bisschen was her. Ja, ich weiß auch gar nicht, wievielte Folge das jetzt ist, das müsste so die 17. oder 18. irgendwie sowas, keine Ahnung, ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, wo ich ein Wort zum Sonntag gemacht habe. Ja, ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verlaufen, so das Wort zum Sonntag. Ich habe viele, viele andere Videos immer gemacht, aber Wort zum Sonntag, ja, bin ich dann doch nicht treu geblieben, ja. Die Ursprungsidee vom Wort zum Sonntag war ja eigentlich, dass ich jeden Sonntag ein Wort zum Sonntag mache und ich habe so oft Wort zum Sonntag jetzt gesagt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie oft ich das gesagt habe. Ja, dem bin ich natürlich nicht treu geblieben und ja, dementsprechend habe ich dann andere Videos manchmal gemacht am Sonntag, anstatt das Wort zum Sonntag. Ihr könnt mir ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, wieviel ich jetzt schon Wort zum Sonntag geschrieben habe. So, aber Wort zum Sonntag ist ja jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist, was man beim Wort zum Sonntag sagt. Oh mein Gott, Wort zum Sonntag. Nämlich über Themen, die die Welt betreffen, die meinen Kanal betreffen, die alles betreffen. Und ja, Leute, ich habe mir gedacht, ich mache das heute mal, mal wieder, führe das nochmal ein bisschen ein. Ich habe auch nicht immer Zeit für ein Wort zum Sonntag. Das ist halt auch das Ding. Muss ich halt dann spontan machen. Jetzt habe ich das Ganze jetzt mal an den Sonntag spontan gemacht. Und ich denke, das passt auch, weil ich in letzter Zeit, in den letzten 5, 6 Wochen, nicht so regelmäßig jedes Mal gestreamt habe zum Beispiel, was ich ja vor einem halben Jahr ziemlich regelmäßig gemacht habe, weil ich da deutlich öfters zu Hause war. Jetzt ist momentan zum Schluss des Jahres bei mir auf der Arbeit ziemlich viel zu tun und ich bin nicht oft zu Hause. Deswegen, ja, kamen in den letzten paar Wochen auch nicht so viele Streams. Es kamen zwar immer ein, zwei Videos die Woche, die ich vorproduziert habe, aber Streams, ja, die kamen dann meistens vielleicht nur einmal am Wochenende. So ist das halt, wenn man viel zu tun hat auf der Arbeit und auch nicht viel zu Hause ist. Dann, ja, kann doch schon mal passieren, dass tatsächlich das Hobby YouTube auch mal jetzt nicht so, ja, im Vordergrund steht. Aber das ist ja normal. Aber ich habe euch ja trotzdem jedes Mal Videos geboten und am Wochenende auch schon mal einen Stream ab und zu. So, nur damit ihr wisst, warum in den letzten paar Wochen, auch in der Woche nicht ab und zu mal einen Stream gekommen ist, weil ich einfach, ja, in der Woche zu viel zu tun hatte und nicht zu Hause war. Ja, deswegen, damit ihr das schon mal wisst, ne, also weiß ja jetzt nicht unbedingt jeder. Ich habe jetzt aber dieses Wochenende mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen geshoppt, was Gaming angeht. Was heißt ein bisschen geshoppt? Nicht viel. Ich habe mir mal das ein oder andere Spiel gekauft. Für die PS3 habe ich mir noch ein paar Spiele gekauft, so um meine PS3-Sammlung ein bisschen zu vergrößern. Aber ich habe mir natürlich Battlefield 5 gekauft, denn gestern kam ja ein Battlefield 5 Stream. Und ich muss sagen, Leute, Battlefield 5 ist wirklich richtig, richtig geil. Mir gefällt es teilweise, muss ich leider schon sagen, schon fast besser als Battlefield 4, obwohl Battlefield 4 so fast mein Lieblings Battlefield ist, muss man schon sagen, neben Bad Company 2. Da kann ich mich nie so wirklich entscheiden, ob Battlefield 4 oder Bad Company 2 mein Lieblings Battlefield ist. Aber Battlefield 4 war schon geil. Da habe ich schon hart gesuchtet. Auf beiden Plattformen, auf PS4 und auf Xbox One. Aber eher auf der Xbox One. Und im Hintergrund seht ihr übrigens Battlefield 4 Gameplay. Das habe ich nämlich letztes Wochenende nochmal ein bisschen gespielt. Habe ich auch einen Stream gemacht. Und Battlefield 4 spiele ich immer wieder ab und zu immer noch gerne, weil es einfach mit eines der besten Battlefields ist, die man auf PS4 oder Xbox One kriegt. Ist einfach geil. Wirklich, wirklich geil. Dennoch Battlefield 5, Leute. Also ich bin im Hype. Der Hype hat mich gepackt. Battlefield 5 ist richtig, richtig geil. Und ich werde auf jeden Fall noch das ein oder andere Video dazu machen. Oder auch Livestream garantiert sowieso. Livestreams größtenteils, denke ich mal, zu Battlefield 5. Das passt nämlich einfach am besten. Und vor allen Dingen vielleicht das ein oder andere Gameplay in den Kommentar reinpacken. Ganz klar. Weil Battlefield 5 passt dafür am meisten. Ich finde es sowieso schade, warum es nicht mehr so viele YouTuber gibt, die klassische Kommentarys machen. Wie ich jetzt zum Beispiel. Wo man im Hintergrund ein Gameplay packt und dann einfach zu irgendeinem Thema was labert. Solche YouTuber gucke ich echt gerne. Zum Beispiel MaxFPS. Das ist einer, der das noch so macht wie früher. Wie man es halt früher gemacht hat als Kommentator. Als Kommentator. Was ist das für ein Deutsch, ey? Kommentator. Aussprache ist heute nicht meins anscheinend. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen mache ich auch oftmals nochmal gerne so normale Kommentarys. Ja. Ja. Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Und deswegen mache ich auch gerne Worts zum Sonntag. Weil da kann ich einfach drauf loslabern. Und ja. Laber, laber, laber. So. Ich habe mir Battlefield 5 gekauft. Wie gesagt. Das ist aber nicht das einzige Spiel, was ich mir diesen Monat, spätestens nächsten Monat, noch holen werde. Ich werde mir auf jeden Fall noch Hitman 2 holen. Weil ich bin ein großer Fan der Hitman-Reihe. Ich wollte es mir gestern schon im Real holen mit Fallout 76 und Battlefield 5 zusammen. Dann hätte ich mir drei Spiele auf einmal geholt. Dann hätte ich wieder 180 Euro für drei Spiele ausgegeben. Wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Hätte ich machen können, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Weil ich mir gedacht habe, ich will mich zuerst mal ein bisschen einspielen in Battlefield 5. Ein bisschen auf Battlefield 5 auch konzentrieren. Und außerdem habe ich Red Dead Redemption 2 auch noch immer nicht ganz durch. Das wäre dann alles zu viel gewesen. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, Hitman 2 hole ich mir wahrscheinlich Neujahr. Fallout 76 vielleicht Mitte, Ende des Monats. Und dann fange ich das mal an. Wobei man ja sagen muss, dass Fallout 76 auf YouTube oder generell in der Gaming-Szene, wenn man sich so die Videos dazu anguckt, ja sehr, sehr viel Hate abbekommen hat. Wobei ich von meiner besten Freundin gesagt bekommen habe, die das spielt, die das auch mit mir zusammenspielen will im Koop, die hat mir gesagt, ihr gefällt es. Auch wenn es was anderes ist, wenn man das jetzt nicht unbedingt auch mit Fallout 4 vergleichen kann und die Welt halt nicht so ist, wie man das von Fallout 4 kennt, dass man eher so auf Robotoren trifft, wo man die Quests halt annimmt und dann halt Real-Life-Spieler, beziehungsweise, ja, halt tatsächliche Spieler, wie man das halt beispielsweise bei Atlas Croods Online kennt, die man dann auf der Map antrifft oder wie bei GTA Online und mit denen zusammen Quests erledigen kann oder halt PvP, glaube ich, gibt es auch mittlerweile gegeneinander spielen kann. Wobei, da bin ich mir jetzt gerade ganz unsicher, was das angeht. Aber gut, ich weiß nicht, ob es da auch PvP gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es PvP gibt im Fallout 46. Ich meine nämlich auf die Server, auf die man joint, da ist auch PvP mit drin. Ja, sonst wird das ja auch gar keinen Sinn machen. Man kann ja selber entscheiden, was man machen möchte. Ja, und dementsprechend sind die ganzen Gebiete da nicht so belebt, weil man kennt es ja von Fallout 4. Man joint auf einer Map, wollte ich schon sagen. Ich bin schon wieder im Battlefield 4-Film. Man joint im Spiel rein bei Fallout 4 und dann hat man eine Story und wenn man dann in ein Dorf reingeht, dann hat man da tausende Gegner oder meinetwegen auch, wenn man in ein befreundetes Dorf reingeht, wie zum Beispiel in Diamond City in Fallout 4, dann hat man zum Beispiel auch ganz, ganz viele Figuren, mit denen man interagieren kann, mit denen man reden kann, wo man Missionen ja annehmen kann, die auch eine Persönlichkeit haben, wo man wirklich eine Bindung zu aufbauen kann im Spiel. Das hat man bei Fallout 76 halt nicht. Und das schreckt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen ab, muss ich an dieser Stelle mal sagen, weil das ist halt das, was Fallout eigentlich ausgemacht hat. Und ich auch noch immer jetzt das zweite Mal schon dabei bin, Fallout 4 nochmal durchzuspielen und auch gerade das DLC Far Harbor gerade weiterspiele. Das habe ich jetzt schon zwei Wochen nicht mehr angerührt, aber das muss ich jetzt mal langsam auch weiterspielen. Soviel zum Thema gerade weiterspiele. Also ich habe es vor zwei Wochen zuletzt gespielt, aber ich muss es mal langsam auch weiterspielen. Ja, und das muss ich dann auch mal langsam machen und vor allen Dingen die Hauptstory nochmal durchspielen. Weil beim letzten Mal habe ich mich der Bruderschaft angeschlossen. Mal gucken, was ich dieses Mal bei Fallout 4 mache, weil es gibt so viele Enden in Fallout 4. Vielleicht zerstöre ich auch alle Fraktionen und reiß das Commonwealth an mich. Ich weiß es ja nicht. Also Fallout 4 ist da schon echt geil. Also laut der Community, der Fallout-Community, ist Fallout 76 ja wohl der letzte Dreck. Und laut Metacritic-Score ist es wohl das zweitschlecht bewertete RPG, was je rausgekommen ist. Und das ist schon krass. Ich kann natürlich auch mir vorstellen, dass viele der Community das einfach so schlecht bewertet haben, weil sie es einfach nicht so hervorgefunden haben, wie man es von Fallout 4, Fallout New Vegas oder Fallout 3 kennt. Es kann natürlich auch sein, dass deswegen die ganzen Fallout-Core-Gamer kamen und Hate drauf gepostet haben. Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Ich werde mir Fallout 76 trotzdem und ich werde mir ein Bild davon machen. Ich werde mir ein Bild davon machen und dann werde ich mal gucken, wie das Spiel so ist. Ich bin nämlich einer, der hört nicht unbedingt darauf, was im Internet steht. Manchmal muss man sich auch einfach selber überzeugen. Es gibt viele Geschmäcker und Geschmäcker sind wie bekanntlich verschieden. Und mir gefallen auch einige Spiele, die viele als schlecht betiteln. Hitman ganz gut sogar. Das habe ich schon oft gemerkt. Denn Geschmäcker sind wie gesagt verschieden, muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Deswegen Fallout 76 werde ich mir auf jeden Fall erholen. Hitman 2 dann auch. Und mal gucken, ob ich zu Hitman 2 ein Video machen werde oder ob ich zu Hitman 2 einen Livestream machen werde. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sehen wollt. Weil mein Kanal hat ja eigentlich angefangen mit Hitman. Also mit Let's Play zu Hitman Blot Money. Das war so das erste größere Projekt, weil ich so auf meinem Kanal so begonnen habe. Da muss ich mal, ja. Das habt ihr gerade wahrscheinlich auch im Hintergrund gesehen, wie der Gegner da weggeglitscht ist des Zorns. Ja, das passiert in Battlefield 4 auch noch, ja. Wie lange? Fünf Jahre nach Release? Oder vier Jahre nach Release? Wie lange ist das Spiel draußen? Ich glaube fünf Jahre schon. Vier oder fünf Jahre irgendwie sowas. Naja. Ich hoffe, dieses kleines Random Talk Video hat euch mal wieder gefallen. Schreibt mir eure Sachen, eure Meinung, eure Gedanken in die Kommentare. Bis dann. Ich bin Sir Tobson und ciao.